Kirche Lindenwiese, das sind wir. Menschen aus der Region, bodenständig und vom Himmel inspiriert. Gemeinsam üben wir Gottes Liebe in der Kirche ein und leben sie im Alltag. Liebe, liebe Familie, ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem 95. Impuls der Woche. Russland wird die Ukraine nicht angreifen. Mit dem Putin kann man reden. Das ist nur eine militärische Übung. Das ist ganz normal. Das wäre doch völlig dumm, jetzt sich in so einen Krieg zu stürzen. Da hat doch niemand was davon, wenn die zwei Länder sich jetzt bekriegen. Wer soll denn da doch irgendwie davon gewinnen? Da verlieren wir alle, wenn das passiert. Die werden niemals, niemals werden die in der Ukraine einwandern. Bis zum 23. Februar habe ich genauso gedacht. Das ist doch kein Problem. Man kann miteinander reden. Hier ist Vernunft am Werk. So dumm ist doch niemand, dass er jetzt hier einen Krieg anfängt. Und dann am 23. Februar wurden mir, aber nicht nur mir, sondern ich glaube ganz vielen Menschen, auch unseren Politikern übrigens, die Augen geöffnet. Uns wurden die Augen geöffnet über den Zustand der Welt. Es handeln nicht alle Menschen rational. Und es handeln auch nicht alle logisch. Und wir sehen plötzlich hier eigentlich eine selbstmörderische, selbstzerstörerische Aktion eines ganzen Landes, das sich und andere in den Abgrund reißt. Plötzlich, wenn ich die Nachrichten anschaue, wenn ich das Internet anschaue, sehe ich diese furchtbaren Bilder vom Krieg mitten in Europa. Bilder, die mich schockieren. Bilder, die mich wütend machen. Ich würde gern helfen. Ich weiß nicht wie. Ich bin machtlos. Bilder, die mir Angst machen. Szenarien, die mir Angst machen, wo ich denke, wo soll das Ganze noch hinführen? Das hat nichts mit Logik zu tun. Da kann man auch nicht mehr mit gesundem Menschenverstand argumentieren. Das ist einfach nur dumm und furchtbar. Am Ende will ich sagen, einfach nur böse. Hier sind Menschen böse. Hier sind böse Mächte am Werk. In der Struktur liegt das Böse. Und da kommt man irgendwie gar nicht mehr so einfach raus. Das hat jetzt sogar noch eine böse Handlungslogik. Selbst wenn man will, wird es mit sehr viel Kraft nur möglich sein, hier irgendwie in Frieden oder einen stabilen Zustand wieder herzustellen. So sieht es aus in unserer Welt. Unsere Welt ist böse. Und ich habe hier, muss ich jetzt ehrlich zugeben, ein bisschen in einer Illusion gelebt. 70 Jahre Frieden in Europa. Wir haben das überwunden. Wir gehen jetzt in eine neue Zeit. Zumindest in Europa, wenn woanders in der Weltkrieg geführt wird, war das immer recht weit weg. Aber hier in Europa, wir sind da in der Lage, miteinander umzugehen. Wir schaffen das. Das war eine Illusion. Und ich muss jetzt begreifen, 70 Jahre Frieden. Das ist die Ausnahme, nicht die Regel. Und wisst ihr was? Eigentlich als Theologe weiß ich das doch. Ich habe das ja studiert. Ich kenne die Bibel. Und was sagt uns die Bibel? Die Bibel sagt, wir leben nicht mehr im Paradies. Wir sind nicht mehr im Garten Eden. Wir wurden da, das ist ein ganz eindrückliches Bild von Adam und Eva, wie sie vertrieben wurden, aus diesem Ort der Harmonie, von Engeln bewacht. Sie können nicht mehr zurück in diese Harmonie. Sie sind plötzlich hinausgeworfen in eine verfluchte Welt. Also wir sind nicht mehr im Paradies. Und wir sind auch noch nicht in dieser neuen Welt Gottes, auf die wir warten, wenn Jesus wiederkommt, wo wir gemeinsam mit ihm zusammen hier auf der Erde in Frieden und Harmonie leben werden. Darauf warten wir. Das hat angebrochen. Aber wir sind eben noch nicht da. Und wo sind wir jetzt? Jetzt sind wir in einer Zwischenzeit. Und in dieser Zwischenzeit, so ist es nun mal. Ich habe da keine Antworten, warum das alles so ist. Aber so ist es nun mal. Da hat das Böse eine beschränkte Macht. Aber es hat eben die Macht, es zerstörerische Menschen und zerstörerische Mächte können und dürfen sich noch austoben. Deshalb gibt es so viel Leid und so viel Elend. Natürlich gibt es mindestens auch so viel Gutes, auch jetzt wieder im Rahmen von diesem Krieg passiert, so viel unfassbar Gutes auf der anderen Seite, was mich wieder sehr beglückt und erfüllt. Aber eben das Böse ist auch sehr präsent, sehr real. Und unglaublich viele Menschen müssen so furchtbar leiden. Das ist ja das, was uns so, was mich so betroffen macht. Aber ich muss der Tatsache ins Auge schauen. Ich muss der Tatsache ins Auge schauen. Die Welt ist kein guter Ort. Und die Bibel macht uns da keine Illusionen. Wir haben keinen Anspruch auf Sicherheit. Wir haben keinen Anspruch auf Frieden. Wir haben keinen Anspruch darauf, dass es immer weitergeht, dass wir uns immer weiterentwickeln, dass wir immer noch mehr, noch schönere Ziele erreichen können, dass wir noch mehr uns weiterentwickeln. Nein, wir haben da gar nicht mal einen Anspruch drauf. Das ist mal das letzte Buch der Bibel, die Apokalypse des Johannes, die Offenbarung. Und ich bin der Meinung, dieses Buch hat eine Allgemeingültigkeit. Aber was es zum Ausdruck bringt, ist, hier sind Mächte am Werk. Hier wird gekämpft. Hier ist viel Leid, viel Zerstörung am Werk. Das gehört zu dieser Welt. Und erst dann, wenn Jesus wiederkommt, wenn diese letzte Weltzeit beginnt, dann endet das. Dann endet das. Und bis dahin, bis dahin gibt es Kriege. Und bis dahin gibt es Lügen. Gibt es einen Kampf um die Wahrheit. Bis dahin gibt es Leiden und Unrecht. Das wird nicht aufhören. Ich wusste das und ich weiß das. Aber jetzt sehe ich es noch mal viel klarer. In voller Härte und in voller Wucht sind wir jetzt mit dem konfrontiert, genau mit dieser Tatsache, dass eben unsere Welt, wie wir Theologen sagen, eine gefallene Welt ist, erlösungsbedürftig ist, dass das noch im Argen liegt, in Geburtswehen, wie es im Römerbrief heißt. Das ist noch nicht so weit, dass wir hier schon Anspruch irgendwie auf den großen Frieden hätten und auf das große Glück. Man muss es herausfordern, sich dem zu stellen, sich dem wirklich zu stellen und Augen zu öffnen und zu sagen, ja, wir leben in einer bösen, wir leben in einer gefallenen Welt. Es passiert viel Gutes, vielleicht mehr Gutes als Böses, aber es passiert eben auch richtig viel Böses und Schlimmes. Und ich will damit auf keinen Fall das Leid der Menschen, die jetzt von diesem Krieg betroffen sind, schmälern, indem ich sage, ja, das gehört halt irgendwie dazu. Ich will aber uns sagen, ja, wir müssen uns mit dem versöhnen, mit dieser Tatsache, dass unsere Welt ein böser Ort ist und dass es da böse Menschen gibt und böse Kräfte und die manchmal auch miteinander im Bund sind, die zerstören, die irrational handeln, die einfach nur böse handeln, ohne dass da noch eine Logik erkennbar und sichtbar wäre. Es gehört zu dieser Welt dazu. Wie gehen wir mit dem um? Unsere Politiker haben sehr schnell eine Antwort gefunden. Ich glaube, Ihnen ist es gleich gegangen wie mir. Sie sehen die Welt klarer und Sie sehen deutlicher, welche böse Kräfte hier am Werk sind. Die Antwort war ganz klar von unserem Bundeskanzler, 100 Milliarden mehr für die Bundeswehr. Wir rüsten auf, wir schaffen die modernste Armee. Wir haben dann übrigens ein größeres Militärbudget in Deutschland, als es aktuell Russland hat, muss man sich mal vorstellen. Das ist unsere Antwort, die Antwort unserer Politiker auf das böse Hightech-Waffen. Wir rüsten aus. Vorher haben wir uns vielleicht auf unsere Wirtschaftsmacht verlassen. Jetzt beginnen wir uns wieder auf unsere Armee zu verlassen. Die soll uns Sicherheit geben. Die soll uns schützen. Ganz ehrlich, als Christ, ich bin mir nicht sicher, ob das der richtige Weg ist. Dass wir uns jetzt auf unsere militärische Stärke verlassen. Jesus sagt angesichts dieser Umstände und dieser Weltzeit, er sagt, erschreckt nicht. Fürchtet euch nicht. Vertraut auf Gott und vertraut in mich. Vertraut auf Gott und vertraut in mich. Ich glaube, das ist die bessere Antwort. Dass wir jetzt nicht in unser Geld vertrauen und auch nicht in unsere militärische Stärke, sondern dass wir in Gott vertrauen. Und dass wir uns auch nicht mitreißen lassen von diesem ganzen, sag ich mal, militärischen Denken, das da gerade herrscht. Und der Meinung, man könnte das Böse mit dem Bösen besiegen. Man kann das Böse mit Waffen überwinden. Vielleicht kann man das Böse ein Stück weg eingrenzen. Das mag sein, dass es da sowas gibt. Aber Jesus fordert uns Christen auf. Nicht alle. Uns Christen fordert er auf, Folgendes zu tun. Er sagt, wir sollen unsere Feinde lieben. Paulus sagt, wir sollen das Böse mit dem Guten überwinden. Jesus sagt, wir sollen für die beten, die uns verfluchen. Wir sollen die segnen, die uns hassen. Angesichts dem, dass ich gerade so klar sehe, wie es um diese Welt bestellt ist und wie sich das Böse in der Welt austobt, ist das eine echte Herausforderung. Deshalb sagt Jesus dann gerade auch noch, siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Das ist eine echte Herausforderung, jetzt Jesus treu zu bleiben. Und meine Einladung ist es, das aber zu tun, den Weg von Jesus zu gehen, auch gerade angesichts des Bösen. Nicht auf militärische Macht und Stärke zu vertrauen, sondern auf Jesus und auf Gott. Erschreckt nicht, fürchtet euch nicht. Vertraut auf mich und vertraut auf Gott. Und deshalb lade ich uns ein, einfach treu weiterzugehen, den Weg des Gebets zu gehen. Das ist der Weg, den Jesus auch gegangen ist. Und ein Gebet, das jetzt unglaublich in diese Zeit passt, finden wir auch im Vaterunser wieder. Dort heißt es ja, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns von dem Bösen. Der Tag der Erlösung kommt, noch ist es nicht so weit. Aber wir dürfen jetzt schon beten und bitten, dass Gott uns von dem Bösen befreit. Also den Weg des Gebets gehen und den Weg, den Jesus uns vorausgegangen ist. Den Weg, der das Böse mit dem Guten überwindet. Möge uns Gott dafür Kraft geben, dass wir jetzt in diesen schwierigen Zeiten Jesus treu bleiben. Und dass wir, wenn es dann geprüft wird, auch in der Lage sind, wirklich das Böse mit dem Guten zu überwinden. Denn ganz am Ende, das ist die gute Nachricht. Noch gibt es Kriege. Die Chance auf den großen Weltfriedensausbruch, die ist äußerst gering. Aber wenn Jesus wiederkommt, dann beginnt der große Friede. Dann leben wir mit Gott gemeinsam in Harmonie auf dieser Erde. Das heißt, alle Kriege, aller Kampf, alles Leid, das ist vorläufig. Das letzte Wort hat Gott, das letzte Wort hat die Liebe und das letzte Wort hat der Frieden. Und wir können jetzt schon beginnen, das vorweg zu nehmen, so dass man es ahnen kann, dass man spüren kann, dass es sichtbar wird, worum es jetzt und worum es vor allem dann in Zukunft geht. Ich wünsche uns, dass wir ohne Illusionen mit offenen Augen die Welt betrachten. Und wir uns keine Illusionen machen über wie gut oder wie schlecht die Welt ist. Das Böse ist am Werk und es tobt sich geradeaus. Ich wünsche uns aber gleichzeitig, dass wir den Mut haben, Gott zu vertrauen, Jesus zu vertrauen und treu auf diesem Weg, zu dem er uns einlädt, weitergehen. Gott segne euch und uns.